Herzlich willkommen. Drumherum, alles neu, inhaltlich, aber alles beim Alten. Wir schauen auf die Themen heute in Deutschland. Die Kanzlerin, der Kanzlerkandidat und das Hochwasser. Merkel mit Laschet in Bad Münstereifel. Die Schadensbilanz der Hochwasserkatastrophe nimmt immer größere Ausmaße an. Und Berlin macht langsam wieder auf. Die Hauptstadt setzt Corona-konform auf entspannten Tourismus. Mit jedem Tag mehr nach der Hochwasserkatastrophe wird der Schutt, der Dreck weniger, dank vieler helfender Hände. Dafür aber kommen andere Sorgen. Die Erschöpfung, das Trauma, so viele Verluste, die im ersten Moment, wenn man funktionieren muss, nicht diese Wucht entwickeln. Aber eben jetzt. Langsam zeichnet sich ab, wie viel Geld nötig sein wird, um das wieder aufzubauen. Auch wie viel Zeit und nicht zuletzt Zuwendung. Bundeskanzlerin Merkel war am Sonntag in Rheinland-Pfalz und kam am Vormittag nach Nordrhein-Westfalen. Die Nerven dort sind angespannt. Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bad Münstereifel. In einem provisorischen Lebensmittellager sieht sie sich gemeinsam mit NRW-Ministerpräsident Laschet an, wie die Hilfe für die Flutopfer organisiert wird. Im Ort gehen die Aufräumarbeiten weiter voran. Alle packen mit an, doch es gibt so unendlich viel zu tun. Die Arbeit ist anstrengend, die Situation extrem. Ja, katastrophal, ne? Sieht man ja hier, ganze Häuserecken weggeschwemmt, einschwurzgefährdete Häuser. Man versucht halt noch zu retten, was zu retten ist. Wir wuseln hier alle vor uns hin und versuchen, das Ganze erstmal trocken zu kriegen. Wir sehen ja selber hier, die ganze Leben, die Pfache, alles ist nass, muss irgendwie trocknen. Jetzt holen wir Schaufel, Besen, damit wir wieder ein bisschen sauber machen können. Eine Katastrophe. Die Stadt, also ich schätze, die brauchen hier zehn Jahre, bis das wieder einigermaßen ist. Besonders betroffen ist die Altstadt des Ortes. In verschiedenen Fachwerkhäusern ist ein Outlet-Center untergebracht. Die meisten Geschäfte sind zerstört. Die Akten der Sparkasse nur noch Müll. Gearbeitet wurde in Bad Münstereifel auch in der Nacht. Freiwillige Helfer aus Böblingen bei Stuttgart waren extra angereist, um aufzuräumen. Ein Bauunternehmer kam und brachte schweres Gerät mit. Das ist bei uns eigentlich ein relativ großes Engagement. Wenn man helfen kann, dann sollte man auch helfen. Ich glaube, ich wäre auch froh, wenn es bei uns daheim so wäre, dass auch jemand kommt und uns hilft. Wie die Hilfe in der Altstadt von Bad Münstereifel vorankommt, zieht sich Bundeskanzlerin Merkel gerade vor Ort an. Der Wiederaufbau wird Jahre dauern. Das Ausmaß der Zerstörung ist riesig. Dorte Färber in Bad Münstereifel. Sie haben den Besuch begleitet. Auf welche Stimmung trafen Merkel und Laschet? Man hört es hier im Hintergrund. In dieser Sekunde wird geklatscht, denn die Kanzlerin hat aufgehört zu sprechen. Und sie hat von einem Aufbaufonds gesprochen, der bereitgestellt werden müssen. Sie hat aber auch gesagt, dass der Aufbau Jahre dauern werde. Die Bürgermeisterin hatte zuvor die Erwartung formuliert. Man erwartet ganz konkret Hilfe, vor allen Dingen, was die Infrastruktur angeht. Die Stadt hat kein Wasser, kein Strom, Straßen, all das fehlt. Und all das braucht diese Stadt, denn sie ist einerseits ein Touristenmagnet, andererseits ist das ja ein Outlet-Center. Also um irgendwie wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen, fehlt die Infrastruktur. Dieser Besuch steht unweigerlich unter besonderer Beobachtung. Die Kanzlerin mit dem Kanzlerkandidaten der Union. Armin Laschet hat ja erlebt, dass man bei diesen Terminen auch einiges falsch machen kann. Ja, das ist sicherlich ein Aspekt. Aber ich glaube, es geht vor allem darum, wie Armin Laschet jetzt als Krisenmanager wahrgenommen wird. Er ist ja in der Pflicht als Ministerpräsident dieses schwer getroffenen Landes. Und mir hat gerade ein Mann gesagt, naja, wenn die Kanzlerin kommt, ich glaube schon, dass die berührt ist, die würde ich gerne sprechen. Aber so bei Armin Laschet, ob der das so richtig hinkriegt, da habe ich meine Zweifel. Ich glaube, das ist ein Eindruck, an dem er noch arbeiten muss, Armin Laschet, weil den einige Menschen offenbar teilen. Und da muss er sich vermutlich verbessern, wenn er da ein erfolgreicher Kanzlerkandidat sein möchte. Danke, Dorte Färber, für diese Eindrücke aus Bad Münstereifel. Nach Nordrhein-Westfalen schauen wir nun auf Rheinland-Pfalz, die andere Region, die es besonders schwer getroffen hat. Hier wie dort gilt die Sorge, dass jetzt, wo an Masken tragen oder Abstand halten nicht zu denken ist, die Corona-Zahlen deutlich steigen könnten. Im Ahrtal ist deshalb beispielsweise ein Impfbus unterwegs und es gibt noch weitere Aktionen. Ohne Termin eine Spritze oder auch einen Test. Das allerdings ist nicht die größte Sorge, die die betroffenen Anwohner gerade haben. Denn noch immer werden Menschen vermisst und Trinkwasser ist rar. Tag sechs nach dem Hochwasser. Ein weiterer Tag voller Aufräumarbeiten in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Anwohner müssen unermüdlich Schlamm und Trümmer aus den Häusern und von den Straßen schaffen bis zur Erschöpfung. Zudem kommt kein Netz, kein Strom, kein Trinkwasser und noch ein anderer Aspekt macht Probleme. Wenn man ohne Wasser existiert, heißt das auch, dass man keine Klospülung betätigen kann. Wir brauchen Wasser, fließend Wasser, damit wir auch die ganzen Wände, die Wohnungen ausspritzen können. Weil das ist ja, das Öl, die Fäkalien, das klebt alles an den Wänden überall. Und bevor man da wieder reinkommt, muss das wirklich alles abgewastet werden. Zwischen all dem Schlamm taucht ab und zu etwas Hoffnung auf. Dieser Mann hat nach Tagen der Suche seinen Ehering wiedergefunden. Auch über 500 Landwirte packen mit an. Für die Menschen ein Segen. Sachspenden werden vor allem am Nürburgring gelagert. Die älteste Motorsport-Rennstrecke Deutschlands hat seine Tore für Spenden und Helfer geöffnet. Wir haben erstmal diese Sammelstelle und waren dann selber überwältigt von dem Zuspruch. Und müssen natürlich solche Dinge dann immer nachregulieren, auch in der Kommunikation. Haben dann irgendwann die Annahme gestoppt und sind jetzt im Austausch mit den Hilfsorganisationen, die natürlich viel mehr Erfahrung haben, wie dann diese Sachspenden verwertet werden. Von hier aus werden die Hilfsgüter an die Katastrophengebiete verteilt. Überall entlang der Ahr ist die Infrastruktur völlig zerstört. So wie in Maischoss. Hier in der Kirche ist ein Hilfszentrum errichtet worden. Die Menschen kommen in der Krise auf engstem Raum zusammen. Deswegen impft man in Maischoss auch direkt gegen das Coronavirus. Das Landesgesundheitsministerium bereitet ebenfalls Sonderimpfaktionen in den Katastrophengebieten vor. Ein Kraftakt in jeder Hinsicht. Bobby Scherian in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Wie erleben Sie die Stadt in diesen Stunden? Hilfe, Selbsthilfe, wie läuft's? Ganz viel Hilfe hier wird in Bad Neuenahr-Ahrweiler immer noch privat organisiert. Hinter mir kann man ein Zelt sehen. Das ist ein Verpflegungsstand. Der wurde eingerichtet von einer Firma, die normalerweise Eventmanagement macht. Aber da werden jetzt Anwohnerinnen und Anwohner versorgt, aber auch Helfer, die hier mit anpacken. Ganz viele Kipplaster, die hier durch den Ort fahren, die gehören eigentlich zu Garten- und Landschaftsbaubetrieben, zu Baufirmen oder auch zu Schrotthändlern. Die kommen eigenständig hierher, laden den Müll auf, kaputte Möbel und bringen den dann zur Deponie. So eine richtige Koordinierungsstelle, eine offizielle, haben wir hier in der Gegend noch nicht gesehen. Gibt es wohl auch nicht, haben uns Anwohnerinnen und Anwohner erzählt. Und die einen sagen, das braucht es ganz dringend, eine zentrale Stelle, die hier die Arbeiten regelt. Und wiederum andere sagen, wir sind bisher so gut klargekommen ohne einen Koordinator. Den Rest schaffen wir auch noch. Aber bei beiden Seiten schwingt da schon sehr viel Wut mit. Was sich die Menschen wünschen, ist Hilfe von den Behörden, wenn es darum geht, Gaffa fernzuhalten. Das ist ein Problem. Ein anderes ist der Staub hier, den Sie überall sehen können. Das ist der Schlamm aus der Ahr, der sich vermischt hat mit dem, was aus der Kanalisation kam. Und eben auch mit Benzin, Heizöl und Ähnlichem. Und viele Menschen sagen, sie würden sich jetzt wünschen, dass die Feuerwehr mehrmals am Tag hier durchfährt und den Boden feucht hält, verhindert, dass der Staub aufgewirbelt wird. Denn bei der ganzen schweren Arbeit hier möchte man sich keine Sorgen darum machen, was man den ganzen Tag einatmet. Danke für diese Eindrücke live aus Bad Neuner, Ahrwaler, Bobby Scheria. Und wenn Sie helfen möchten, das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe hat ein Spendenkonto eingerichtet. Stichwort ZDF Hochwasser Deutschland. Die IBAN lautet DE 65 100 400 600 100 400 600. Und in Ruhe nachlesen können Sie das unter spenden.zdf.de und dem ZDF-Text auf Seite 890. Bisher sind dort über 10 Millionen Euro an Spenden eingegangen. Dafür ein sehr herzliches Dankeschön im Namen derer, die es brauchen. Dieser Tag steht im ZDF ganz im Zeichen der Hochwasserkatastrophe. Es gibt einen Themenabend. Um 20.15 Uhr beginnt er mit Reportagen unter dem Titel Trauer, Zerstörung, Hilfe, die Tage nach der Flut. Und auch die dann folgenden Sendungen Leschkosmos und Markus Lanz widmen sich ausschließlich diesem Thema. Wir machen an dieser Stelle einen Schnitt und kommen zu weiteren Nachrichten und beginnen mit der Corona-Entwicklung in Deutschland. Die Zahlen steigen weiter, wenn auch auf niedrigem Niveau. Das Robert-Koch-Institut registrierte binnen 24 Stunden 1183 neue Fälle, 537 mehr als vor einer Woche. 34 weitere Todesfälle kamen im Zusammenhang mit dem Virus hinzu. Die 7-Tage-Inzidenz steigt weiter auf 10,9. Und weitere Kurzmeldungen haben wir jetzt in der Übersicht. In Berlin wird heute an das gescheiterte Attentat auf Adolf Hitler vom 20. Juli 1944 erinnert. Dazu versammelten sich Vertreter aus Politik und Gesellschaft am Mittag in der Gedenkstätte Plötzensee, um den Widerstand gegen das NS-Regime zu ehren. Wehrmachtsoffiziere um Graf von Stauffenberg hatten heute vor 77 Jahren vergeblich versucht, Hitler mit einer Bombe zu töten. Sie wurden kurz darauf hingerichtet. Sachsen ist schlusslich beim Impfen. Während in Bremen und dem Saarland bereits mehr als jeder Zweite vollständig geimpft ist, haben in Sachsen gerade einmal gut 43 Prozent der Bevölkerung einen vollständigen Impfschutz. Bei einem Impfgipfel in Dresden hat deshalb Ministerpräsident Kretschmer heute mit Vertretern von Politik und Gesellschaft über eine gemeinsame Strategie beraten, mit dem Ziel, die Impfmotivation der Menschen in Sachsen zu steigern. Nach mehr als sieben Jahren Bauzeit öffnet das Berliner Humboldt-Forum heute seine Türen für Besucher. Das wohl größte Kulturprojekt Deutschlands kostete rund 680 Millionen Euro. Hinter einer rekonstruierten barocken Schlossfassade wurde ein Zentrum für Kultur, Kunst und Wissenschaft geschaffen. Zu sehen sind mehrere Ausstellungen unter anderem über die 800-jährige Geschichte des Ortes. Das Humboldt-Forum öffnet wie gerade gesehen und überhaupt macht sich Berlin wieder auf den Weg zurück zu mehr Freiheiten. Nicht so radikal wie Großbritannien und London, wie es die gerade versuchen, wo alle Corona-Maßnahmen wegfallen. Aber in Berlin geht jetzt wieder was. Mehr Tourismus, mehr Übernachtungen und vor allem auch wieder mehr Kultur. Aber all das durchaus anders, als es mal war. Sie sind wieder da, die Berlin-Touristen. Viele nur auf einen kurzen Trip an der Mauermeile, bummeln erste Besucher aus europäischen Nachbarländern, aber vor allem viele Deutsche. Dieses Jahr können wir dank Corona jetzt nicht groß was anders machen. Und da war eigentlich der Plan von Anfang an, eine Deutschland-Tour. Auch diese Abschlussklasse aus dem Allgäu genießt Berliner Luft. Arm, aber sexy heißt ihre Tour. Die Branche atmet langsam auf. Wir sind jetzt ungefähr bei 30 Prozent dessen, was wir sozusagen 2019 hatten. Aber man merkt, es geht wieder aufwärts und das tut gut. Berlin ist wieder geöffnet. Aber es sind vor allem Einheimische, die mit Corona-Test oder Impfnachweis ihre Stadt wieder neu entdecken. Und auch wer so aussieht, als hätte er eine weite Reise hinter sich, kommt meist aus irgendeiner deutschen Stadt nach Berlin. Wir sind Chinesen, wir können zurzeit nicht nach China fliegen. Natürlich immer normalerweise machen wir Urlaub immer nach unserer Heimat. Nur jeder zweite Tisch wird vergeben. Die Touristen sind zurück auf dem Turm. Aber es ist noch Luft nach oben. Die Abstandsregelungen sind da. Das heißt, auch wir haben die Kapazitäten deutlich minimieren müssen auf 25 Prozent. Ist ein entspannter Turmbesuch im Moment. Hart getroffen hat es Hostels. Die wenigen international Reisenden sind Langzeitgäste. Mit ihnen und staatlichen Hilfen hat es der Betreiber bislang geschafft. Für uns ist es so, wenn die Clubs wieder aufmachen, wie sie früher offen waren, dann kommen auch unsere Gäste wieder. Keine Messen, keine Kongresse. Die Auslastung der Hotels liegt aktuell bei 15 bis 30 Prozent. Die Gäste buchen spontan, erst ein, zwei Tage im Voraus. Eine ganz große Herausforderung ist die Logistik. Also sowohl unsere Mitarbeiter einzuplanen, Dienstpläne zu schreiben, kurzfristig. Da müssen alle in einem Boot sein und erfordert riesengroße Flexibilität zur Zeit. Wer jetzt kommt, erlebt eine entspannte Metropole, kann ohne lange Warteschlangen das überwältigende Berliner Kulturangebot nutzen. Und bei herrlichem Sonnenschein macht das alles noch mehr Spaß. Die Aussichten für morgen. Im Norden ein Mix aus etwas Sonne und zahlreichen Wolken mit etwas Sprühregen. Im Süden aber Sonne satt. 20 bis 27 Grad. Nachrichten aus aller Welt finden Sie in unserem Online-Angebot unter zfhote.de und in unserer App. Wir hoffen, Ihnen gefällt unser neues Studio und sagen bis morgen. 14 Uhr zu Heute in Deutschland. Untertitelung des ZDF für funk, 2017